Wir müssen jetzt die Computer City-Seite verlieren. Oh, kein Problem. Ja, vielleicht sind die ja ultra-klass, die Boys. Einfach M und Team. Team Change. Can we join T-Side to T? Hallo, please. Es gibt eine ordentliche Bug-Pave von dem. Eine ordentliche Bug-Pave. Das kannst du mir nicht erzählen. Aber ich glaub dir das erstmal nicht. Oh, die zwei sind natürlich locker wegzuklatschen. Ja, der sogenannte Psfiri-Clan. Easy-Peasy-Basisi bei Martin Scorsese. Aha, die Herren lassen sich Zeit. Wow! Sind die beide? Kontrolli. Einer. Einer Kontrolli. Warte, dass hier einer die Tür aufmacht, damit ich einen wegsnacken kann. Aber die kommen hier nicht. Tür ist offen bei dir. Fuck. Warte, lass den durch. Ich hab den gleich. Sobald er kommt, ist der... Das ist der andere im Winter, der mich fast gekillt hat. Unten kommt. Der steppt ein bisschen. So ruhig klägen. Ich hab den gleich. Scheiße, der hat mich schon irgendwie sehr gehabt. Der ist low. Unten oder Fenster? Unten. Beide. Der eine ist haft, der andere ist low. Scheiße, Mann. Der hat lagget. 5 JP. Läuft. Ich hab die Bombe. Ich hab die Bombe. Boah! Brrrr! Ich kann nicht drücken. Der hat den... Aushiii. 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 Ich sag was, wenn ich brauche Land. Ich will doch mal... Gut, Land. Ich hab die Bombe. Ja, aber ich bin halt aufmerksam. Wasch... Oh, noch einer! Oh mein Gott. Half HP. Die waren echt beide da. Verwasch, doch der Verschissene. Bittere Pille. Wie er voll... Wie er voll in die Linse geguckt hat. Hallo. Hallo. Heiduk. Kann ich das bitte? Der Beryl. Du musst erst mal nach der Leit gucken, bevor du grafisch, Mensch. Der Beryl. Oh, die Survivor, sie. Damit geht's jetzt rein. Und wo hast du dich jetzt aus? Hiiii. Hier unten rechts. Ist offenlich hier aber nichts. Laaft. Die werden weggehustelt, aber locker. Komm locker. Die laufen wieder hinten rum. Der andere kommt gleich von der Double Door. Ah, da ist er schon shit, Mann. War nicht schnell genug. Ah, Harry. Do I survive here? Ich denk schon, ja. Nice! Oh mein Gott, die waren beide da. Und das hinten ist ne Decoy. Oh mein Gott. Die waren beide an der Tür. Und beide, ich glaub sogar geflasht, Mann. Shit. Hab mich nur umgucken müssen. Fuck. Au, 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 au. Ha, ha, ha. Der Timing, dass er genau dann kommt, wenn ich gerade nicht hinfokuse. Das ist so ärgerlich. Oh, der hebt mich ab. Fünf chopper. Wo ist der? Deiner dort? Innen drin, ja. Ne, noch ein bisschen weiter weg. Fuck. Die Map ist T-Size. Höh! Haha, du Dummko. Fuck, 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 fuck. Die Bombe ist bei mir down. Hm. Der ist hier bei der Bombe. Wer hat sie? Nice! Vier, vier. Das verspricht interessant zu werden. Jetzt haben wir, wie wir wollten, eine interessante Terrorrunde. Genau. Wir haben extra so dahingespielt. Eigentlich hätten wir die zu null geklatscht. Klar. Okay. So, und jetzt können wir uns ja anstrengen. Genau. Mal wieder ein Bildschirm anmachen. Na, das hast du ja einstöpseln. Das hören wir mal auf mit den Richtungstasten zu spielen. Genau. Jetzt wird man wieder das Mäuschen aktiviert. Ich geh auf. Ich geh auf ein klein, ich bin ultra low. Der muss eigentlich auch low sein, der Kerl, ne? Läuft! Wo war er? Oben rechts. Ich hab einfach beide Seiten reingepre-fired und da kam er dann gerade. Ich rush direkt durch Double Doors. Rush da ohne durch. Oben wieder einer. Na, der ist jetzt genau über mir an der Tür. Ich mach jetzt mal nicht auf. Der andere ist Kontrollraum oder Rampe, ne? Wahrscheinlich. Ich nehm an, dass da Kontrollraum ist. Kontrollraum ist zu. Ach, diese verfickte CZ. Ich hasse sie. 72 hat er gefressen. Er ist low im Kontrollraum. Hat jetzt meine umb. Was? Die ist hinter mir explodiert. Alter! Und er war echt da oben. Er ist aggressivly rangegangen. What the fuck? Die haben direkt gesmoked. Nice. Ach, beide Kontrollraum. Das ist doch jetzt ein Scherz. Warum nicht zu zweit auf dem selben Furzplatz stehen? Nice. Hat er echt nicht gehört, dass ich da angeschlappt komme? Weil meine Decoy hier so verwirrend? Totally merkwürdig. Und auch awkward. Awkward. Fucking awkward, man. Das ist so fucking awkward, dude. I can't believe. How awkward this is. Gut, so was. Auf dem Heck. Da oben is to down. I don't know what that is. Unten. Unten rechts. Der Code-Sammler. Ach, schade. Du kleine Sch*****. Da hat der Mächer in seinem Bild drin. Das wird der Mächer sein. Mhm. So, die wollten es ja nicht anders haben. Dann drehe ich jetzt mal auf 100% auf. Ja. Das waren jetzt gerade 60. Das war jetzt gerade maximal 59. Einer ist da oben bei einem Spawn bei denen. Einer ist unten, glaube ich. Also rechts an der Rampe unten. Okay. Vielleicht habe ich auch... Also ich habe jetzt eben einen genannt. Vielleicht war das auch der schon. Nice. Boah, der hat so die Fresse poliert bekommen. Krass. Ein schöner Galil-Spray ins Gesicht. Oh mein Gott. Beide da. Ich bin so eklig. Ich stehe mir zur Zeit irgendwo. Fuck. Oh. Oh. Titsiwippe. War ne schöne T-Runde oder? Oh okay. Knups. Ich bin abgerankt auf Doppel-Lacker. Ja gut. Oops.